Die Superkrabler von Werner Holzwart und Drota Wünsch im Verlag Gerstenberg. Die Käfer sitzen auf dem Baum, während ein paar Kinder unter dem Baum ein Picknick machten. Als die Kinder weg waren, suchten die Käfer nach Essensresten. Stattdessen fanden sie ein paar Sammelkarten mit riesigen Tieren drauf. Boah, ist der riesig. Der hat genau einen Rüssel wie ich. Dann werde ich ja genauso groß wie der. Dann mache ich die spinnenfertig. Ich bin doch auch ein Nashornkäfer. Boah, bald werde ich so stark wie ein Nashorn. Die Käferfreunde sind überzeugt. Sie haben jetzt schon die gleichen Superkräfte wie das Nashorn, der Elefant und der Hirsch. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zum Kampf gegen die Spinnen. Doch da braucht ein kleiner Freund Hilfe. Können sie mit ihren Riesenhänden überhaupt den Käfer retten? Das erfahrt ihr in diesem Buch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020